ein herzliches willkommen zu einer neuen game week ja das wochenende steht wieder an volles programm es kommt südkorea dazu und die mls startet die major league soccer dementsprechend viele viele karten zur auswahl nun sind wirklich fast alle aktiv ja dementsprechend wer in asia mit der japanischen liga dabei war hat es mitgekriegt sehr 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 schwierig davor auszusagen wie die startaufstellung sind teilweise wurden die dritten torhüter eingesetzt und so weiter und so fort in der mls denke ich wird es jetzt nicht so krass sein die meisten positionen sind eigentlich ja gesetzt natürlich offen bei den feldspielern muss man gucken also den ersten spielt eigentlich schon im prinzip abwarten nicht zu sehr auf die mls gehen bleibt da er bei den südamerikanischen teams und bei südkorea habe ich jetzt geguckt da gibt es eine seite key league united die sehr sehr gute infos gibt und da habe ich geguckt wegen den torhütern dass ich doch das seite bin trotzdem so ein kleines restrisiko gibt es immer noch irgendwie diaglos bundesliga amateur kann sich natürlich alles immer noch ändern sind einige spitzen spiele dieses wochenende und handeln leipzig gegen frankfurt beide mit doppelbelastung da bleibe ich bei plass wie ich momentan relativ gut in form und timo werner wie gesagt ist jetzt immer wieder aufs gleiche pferd er ist eigentlich überfällig für ein tor oder es ist bei den bayern auch hier spitzspiel gegen union berlin die hoffte liegt und command und jude bellingham hatte ich damals nach der rotsperre gegen kimmich eingetauscht und ich gehe da mal mit dem ins rennen hier erwarten tue ich da jetzt nicht viel wie gesagt sind die kostenlosen bewerbe mit 200 karten gegen 100.000 teilnehmer hier in der premier league sehen wir sogar 118.000 teilnehmer und dafür hier 300 karten dementsprechend mache ich da immer so ein bisschen just for fun warum ich so ein bisschen lust habe deswegen hier in der premier league gehe ich auf manchester city in ederson und kevin de bruyne kevin de bruyne ist krankheitsbedingt ausgefallen ich denke mal dass er gegen bernmacht wieder fit ist könnte aber sein dass ich den noch raus rotiere und offensiv gehe ich martinelli und sarka defensiv eigentlich der einzige der wirklich gut punkte bringt ist trend alexander arnold an daik wäre jetzt auch noch eine variante den irgendwie einzubauen aber ich bleibe jetzt mal erst mal bei dieser variante frankreich amateur was haben wir hier marquinhos wird euch noch raus weil da will ich noch abwarten ob der ja rechtzeitig fit wird hat irgendwelche muskulären probleme im papier habe ich wieder rein die box nachdem ich nehme gegen messi und so weiter durch rotieren und dann zwischen den dreien das ist extrem aminguri da hoffe ich dass in der starthilfe ist ein bisschen englische wochen fest da trennen aber auch finanz so eigentlich so ein dauerbrenner der gut performt und lobt das habe ich jeden tor ist auf den ersten blick recht solide la liga santander habe ich guido rodriguez jetzt wieder raus getan habe ich jetzt koke drin denke fahrt die wird wieder ein start elf einsatz gegen almeria vielleicht platzter der knoten lena mauer das gegen grüßmann so in summe und in der serie ag hoffen und die nase defensiv stecken silvestri und bekao offensiv hat ihn auf oschimen auch wenn ich überzeugt bin dass halt auch irgendwann mal wieder ein spiel kommen wird wo er nicht trifft und treffat hat mir auch relativ gut punkte gebracht die letzten spiele und auch wie bei timo werner bin ich da stur und behaht drauf und gehe wieder auf tonali das waren die amateur bewerber jetzt kommen wir zu den wichtigen bewerben ja neues layout auf jeden fall bei so kann man sich darüber streiten schön ist auf jeden fall dass sie diesen kudel model ein bisschen sortiert haben das heißt oben jetzt die amateur bewerbe und so ein bisschen übersichtlicher schön fände ich wenn sie die nationalen pro turniere zusammen bauen würden dass das so ein bisschen beieinander wäre und noch schöner fände ich wenn man das selbst auch sortieren könnte das wäre natürlich eine tolle funktion fangen wir an mit den cap modes cap 220 1228 karten zu gewinnen 14.000 teilnehmer hält sich im rahmen ist halt das mit dem kostenlosen torhüter ich setze hier auf sieben johnson es bei toronto es ging dies united ist natürlich ein risiko mls kann immer mal ein paar gegentore passieren gerade die auswärts mannschaften die türkische liga fangt übrigens an die hat einen restart rief artila charlay fenerbahce gegen konjaspore habe ich hier kevin de bruyne mal mich wieder getraut einzubauen ich hoffe er lässt mich hier nicht im stich aber da muss ich auch abwarten wie es krankheitsbedingt ist vielleicht werde ich da auch noch ein bisschen herum mixen ich glaube es wird vielleicht sogar sinn machen vielleicht sakka einzubauen vielleicht wäre das die intelligentere variante weil ich glaube das geht sich damit den punkten nicht aus wie gesagt hebt 220 das geht sich nicht aus die bräune hat jetzt relativ wenig punkte ljubic schmeiße ich rein denke der ist überfällig für einen starthilfe einsatz und denke der würde den kölnern dem spiel guttun und caprari gegen salanitana denke gute chancen mal auf dem tor assist sieht auf den ersten blick okay aus wie gesagt die bräune ljubic sind nur die zwei die vielleicht noch raus rotieren könnten ich habe 240 mode die 5 dollar die gilt es immer wieder einzusammeln der preisbol ist aber jetzt auch nicht so unattraktiv doch 1520 karten zu gewinnen ist eigentlich relativ okay hier gehe ich mit früftel außer wien zu hause gegen hartberg also wenn sie jetzt nicht zu null spielen waren dann der truida ist mir schon klar nach der 100 im letzten wochenende wird es wahrscheinlich ein bisschen irgendwo in die richtung 60 70 punkte gehen trotzdem ich trinne renner ich denke dass der wieder gesund ist gegen lustenau zu hause sollte ein gutes spiel sein rutsche bei muss raus er hat sich schwer verletzt und ferdi truiv habe ich jetzt drinnen gegen pellets denke dass der wieder in der starthilfe spielen wird hat letztes spiel euch ein tor auch gemacht oder es ist bei rutsche bei werde ich jetzt ein bisschen unseren palazone hätte ich denke ich bin von den punkt her nicht aus 39 punkte kann ich für den hier nur einsetzen ja die überlegungen gehen schon paul bütius könnte in der starthilfe landen dadurch dass er da jetzt anscheinend ausfällt geta endo wäre noch eine variante andrea poli ist anscheinend jetzt stammspieler geworden ich habe jetzt zu wenig einblick das war eigentlich eher so eine trade geschichte bevor der markt eingebrochen ist war teuer würde ich gerne einsetzen da will ich auch das erste spiel abwarten in der mls wie sich dann halt entwickelt hannes wolf könnte ein kandidat sein gegen meins hat anscheinend platz jetzt in der starthilfe erarbeitet den wir nicht mal rein tun muss aber noch mal gucken ob der save spielen wird gerne in die kommentare schreiben was denkt ihr sollte ich da vielleicht bei der ein oder anderen position ein bisschen mir noch mal gedanken machen oder passt das jetzt 270 hat sich nach dem update bei allstars so bisschen wieder eingependelt 8000 teilnehmer zu 1290 reward ist wieder ein bisschen attraktiver hier habe ich mignolet zu hause gegen gendt starker teuter ihm ja die lava der ist jetzt bei rieka zu hause gegen slavien belupo sehr hohe wahrscheinlich können dass die damals zu null spielen allgemein scorte relativ gut hier getruht das kippe den klesen auch im letzten spiel das ist gemacht gegen arlburg denke ich zu hause sicherlich was drin und ich probiere es wieder mal also vollendarm momentan sehr sehr leichte gegner gehabt netz nie wegen also jetzt sollte er gegen vollendarm vielleicht mal so ein treffer oder es ist wenigstens beisteuern in summe ich da ein gutes gefühl die matchups sind alles sehr sehr interessant einzige halt der torhüter belgien kann natürlich schnell in so einem 3 zu 2 eskalieren oder ein 2 zu 2 im spiel der oberen mannschaften die sich sehr ähnlich sind dann gucken wir zu europa champion hier habe ich ledesma drin jetzt werdet ihr wundern warum ich hier den barsers deck nicht eingebaut habe wie gesagt bin bei europa champion und challenger nicht so erpicht da auf teufel komm raus mein bestes team reinzuschicken dadurch dass das viele viele machen mit paris and jammer stacks und so weiter deswegen ledesma zu hause gegen raio valecano könnte wieder mal ein spiel sein zu null der konan hat hinten auch sein riko konan als name stehen nicoel wedi habe ich jetzt mal reingeswitch dadurch dass ich sehr sehr viele verletzte verteidiger champion europe verteidiger gegen mainz könnte sich vielleicht gut anbieten denk ich haraguchi gutes spiel letztes wochenende gehabt gegen schalke könnte passen ist natürlich auch ein kandidat auch nur mal 40 punkte macht mayoral vielleicht ist der knoten geplatzt nach seinem tor letztes wochenende gegen willeral und silas ist so der wackelkandidat ich habe schon vor so ein bisschen stuttgart mäßig was aufzubauen vielleicht würde ich noch majoral gegen endo tauschen aber ich bin es nicht zu übertreiben bin jetzt nicht so auf stacks bauen erpicht ich denke mal schalke wird jetzt nicht das fünfte mal in folge ein 0 zu 0 spielen denke mal ja ein gegentor werden die jetzt mal vielleicht kassieren vielleicht so ein assist von haraguchi und silas ist tor weil ein träumchen bisschen träumen darf man ja challenger europe ich bleibe weiterhin auf dem dampfer mit motherwell nachdem sie quasi eine durststrecke zuletzt mit dem sieg beendet haben habe ich jetzt liam kelly drin im tor gegen killman auch ein relativer abstiegskandidat kevin van ween und singos auch gut performt san ja ist wieder fit hat letztes spiel gespielt gegen sparta rotterdam direkt jetzt als kapitän ausgewählt dass immer für seine 55 bis 60 punkte locker gut und haraki haruki aray gefällt mir es kostet eigentlich gut auch wenn er letztes wochenende einmal schwächeren score gehabt hat aber gegen ist da ist sicherlich was möglich dementsprechend denke ich dass das team in summe nicht so schlecht ausschaut zünglein an der wahl ist sein auf jeden fall motherwell wie die performen werden dann gucken wir uns die nationalen bewerber an bundesliga pro angefangen hier habe ich blass ich drin gegen frankfurt wie gesagt performt aktuell nicht schlecht ich fand ihn gegen mensch ist das city gestern eigentlich ganz okay hat gute paraden gehabt beim tor ja klar sah ein bisschen komisch aus aber denke mal der schuss war schwer zu halten welkowitsch habe ich reingeschmissen in bochum hoch und relativ auswärts schwach wie ich finde werder bremien so ein bisschen eine wundertüte warum nicht flessung 1 0 sieg vataro endo habe ich jetzt mal die bundesliga eingeschmissen aber zuletzt immer ein champion europe drin und ich probiere es wieder mit so einem leipzig block sauer schlager hier drinnen und timo werner so ein bisschen die überlegung gehabt ob ich command herein schmeiße ich bin momentan von bayern nicht so überzeugt union berlin ist schon sehr sehr diszipliniert in der defensive dementsprechend ja auch so ein bisschen auch bauchgefühl mäßig aufgestellt french league pro antoni lopez im tor deutlich bin ich nicht so stark aufgestellt ansonsten relatives rumpf team kommen es gegen presto könnte ein gutes spiel werden die roto performt und dann stark kann man auch wieder passieren dass meine schlechteren wert gibt denn belehrt habe ich jetzt reingeschmissen vielleicht ist der knoten geplatz letztes spiel im gemacht lacassette fällt noch aus angers ist tabellennetzter könnte gut ausgehen und das größte problem habe ich in der defensive habe ich halt echt keine option ich habe jetzt ismail jacobs reingeschmissen dadurch dass sich der flügelverteidiger fällt mir jetzt der name nicht ein verletzt hat vielleicht kriegt er da irgendwie so eine chance auf den starteinsatz weil er bietet sich an der einzige das save spielen wir da oder würde sich blockieren mit leon gegen lacassette und colin d'agba wäre noch so eine variante eventuell dass der irgendwie jetzt vielleicht mal ein starteinsatz bei strasburg kriegt ansonsten alle anderen entweder verletzt oder nicht im kader jenny am sie ein reword der ist im kader verletzt rodon ist mir zu wackelig hat es letzten zwei spiele nicht gespielt auf der bank gesessen kann sein dass da noch was passiert vielleicht kaufe ich mir noch irgendeine karte zum letzten mal dass sich das so ein bisschen ausgleicht la liga sand an der pro oblak im tor relativ atletico lastig ich gehe jetzt mal als auf atletico vielleicht gelingt denen so der befreiungsschlag gerade in der wie denke mal nicht einmal tritt relativ gut in form die werden trotz doppelbelastung dem spiel dagegen liverpool trotzdem relativ gut sei aber vielleicht so ein 1 zu 1 oder 0 zu 0 0 zu 0 schwierig sehr offensiv real mit tritt stark meiner meinung auch immer für ein tor gut vielleicht ein solides 1 zu 1 und brian olivan habe ich jetzt reingeschmissen habe ich auch montern verteidiger technisch so ein bisschen probleme ich denke zu hause gegen mallorca könnte ein gutes spiel machen also bei dem hängt alles ab wie atletico jetzt gegen real madrid spielt wenn das gut ausgeht sicherlich was drinnen ansonsten relativ schwierig lasse liga sand an der pro 270 da was zu reißen ist eigentlich so ein just for fun stack den ich hier aufstelle ein bisschen mehr league pro ederson im tor ist relativ günstig von den punkten zu haben habe ich mir so geholt erst mal dran bleiben maximilian wöber performt unter stark leads gegen southampton zu hause gegen den abstiegskandidaten ab in jota da war es und firmino vielleicht kriegt firmino jetzt mal ein start elf einsatz gegen crystal palace würde es sich anbieten und dann matthäus kunja gegen ulheim wohl überhemd gegen fulheim da hatte ich glaube ich und den optionen her nicht wirklich viel auswahl christensen matthäus nun jetzt habe ich nämlich als report jetzt neu gewonnen den könnte ich einbauen hatte ich nämlich vor gehabt habe ich jetzt noch nicht geschafft zeitlich war dann vielleicht noch abwarten firmino wobei selbst wenn eingewechselt wird sowie zuletzt gegner hat seine 34 punkte gemacht ist mir noch immer lieber als die gefahr dass vielleicht kunja auf der bank landet oder firmino oder kunja könnte ich noch spontan entscheiden was haben wir sonst noch serie a pro 270 ja hier wird es ein bisschen eng jetzt langsam jetzt habe ich skorupski drin mit posch wieder den defensivblock posch anscheinend gar nicht so schwer verletzt wie man zuerst dachte hat am montag wieder trainiert gegen inter doppelbelastung könnte vielleicht ein gutes spiel werden vielleicht er boxen sie sich 0 zu 0 oder in so ein 1 zu 1 johann gonzalez wieder drin nach seiner sperre sollte wieder dabei sein gegen sassuolo wird mal als kapitän ausgewählt und wallace sosa silva gegen spezia sollte eigentlich passen so dass er seine 55 punkte holt wie immer und victor oschmann gegen empoli ja das wird das zündlein an der waage sein wenn der da wieder so 80 90 punkte raushaut zweite spielklasse europa habe ich schon immer wieder erwähnt ich halte da nicht viel obwohl ich eigentlich relativ solide karten alleine mit sie wäre im tor nachdem jetzt mal zwei gegentore kassiert hat letztes wochenende gegen katagena zu hause könnte mal wieder ein zu null spiel sein pendent immer für seine 50 punkte gut in center glaubt letzten fünf sechs spieler immer ein tor assist und selbst wenn er keine assist macht oder ein tor da hat er auch immer so scores um die 50 ja jahle das gleiche bei venezia absolut gesetzt der einzige wackelkandidat das war so ein bisschen ja so ein gefühlstipp bielefeld gegen heidenheim heidenheim monton sehr sehr und feier habe aber das gefühl dass okugawa vielleicht selbst wenn sie da vielleicht 3 zu 1 zuhause verlieren oder sowas in die richtung doch vielleicht 4 zu 2 oder so ähnlich das vielleicht also ein tor oder es ist ihm gelingen könnte auch sein dass ich irgendwo auf eine sichere variante gehe ist auch immer so kleine kleine risikogeschichte tor assist kann der schon mal schaffen und ist eigentlich relativ überfällig meiner meinung nach legendenschallenge wie ich immer sagt einer meiner lieblingsbewerber ich habe ich lucas chaves reingeschmissen wie gesagt argentinien sehr sehr häufig spiele zu null auch letztes spielgrad eben der kopalipa der tor ist haben sie auch zu null gespielt und dann meine drei legenden valencia ajax lazio und waterman habe ich jetzt reingeschmissen der immer wieder mal für 60 70 punkte gut ist gegen miami kann sein dass ich da vielleicht auch noch irgendwas herum experimentiere auf dieser position ist ja eine extra karte da kann man sich jetzt noch was einbauen sollten den soliden mittelfeldspieler weiß ich noch nicht war so eine spontane eingebung mit waterman was haben wir dann sonst noch jetzt dann hier habe ich meine barcelona stack drinnen war ganz gestiegen lewandowski klar danach muss man abwarten wie das spiel heute gegen manchester united ausgeht wie es rotationstechnisch nicht dass da vielleicht noch verletzungen kommen ausschauen wird dejonk sergio roberto ein bisschen wackelkandidaten was ich gesehen habe auch christensen ist nicht so wirklich gesetzt doch jetzt auf einmal schon wieder war zuletzt ein bisschen anders kann auch sein dass ich sergio busquets gegen sergio roberto eintausche kommt darauf an wie die halt heute im europa cup spielen anzufahrt hätte ich jetzt auch noch als option den hier rein zu mischen auf jeden fall wird es hier am ende in barcelona steck sein wie er am ende auch schon wird wird sich nach dem heutigen abend entscheiden amerika wie schon sagte ich gehe nicht so extrem auf mls ich habe jetzt lancelote drin von argentinos juniors den argentinischen defensivspieler allgemein macht es nicht wenig sinn auf offensivstecks von der mls zu gehen und defensivstecks von argentinien sich etwas zusammen zu basteln oder zumindest den torhüter habe ich auch rosa antonio martinez der laske minnesota ich denke sollte ich safe sein minnesota finde ich eh relativ schwach der das finde ich relativ stark da habe ich hektor reingeschmissen könnte auch sich noch ändern ich denke dass der fix in der starthilfe ist und dass der sicherlich so für 50 punkte gut ist sind sie nett die könnten gegner sein der machbar ist julio futsch könnte ich vielleicht noch raus rotieren und dann echt eine seuche jetzt ist herrera wieder zurück otiel herrera der junge spieler könnte sein dass der vielleicht mehr einsatzzeit kriegt ich bin da so ein bisschen unentschlossen eventuell dass ich den daraus zu und michael uhrer von philadelphia union als kapitän columbus crew denke da könnte was gehen er reglierer könnte noch eine variante sein wo er die letzten zwei spiele jetzt mal nur 40 punkte hat eigentlich überfällig hoares ist eh so ein gegner der macht bei ist den lasse ich erst mal drin vielleicht habe ich da vielleicht noch irgend so eine eingebung hat auch 10,5 prozent das ist auch nicht zu unterschätzen ja dann asien mein neuer lieblingswettbewerb ein bisschen ironisch hayan jungen wo habe ich jetzt reingetan der überbleibsel des letzten jahres sollte gesetzt sein bei suvo und samsung blue wings die letztes jahr gegen den abstieg gespielt haben ich denke dieses jahr sollte so ein bisschen anders ausschauen da habe ich mit die germane mir geholt jama von kawa sagt von tail der werde ich immer spielen dass der ist immer wieder mal für 80 90 100 punkte gut ist halt eine lotterie und omi nami von frontal ich denke mal der wird jesiel der rot gesperrt ist ersetzen kumaya weiß ich jetzt nicht wie stark der verletzt ist und watanabe der performt auch relativ stark vom letztjährigen meister yokohama natürlich schwere gegner urava ist jetzt nicht so einfach aber ich will auch spieler nehmen die ziemlich sicher spielen werden und auch kim gone he bei konzert dole gegen isl kobe denke ich dass der in der startelf ist ansonsten hätte ich noch im tor die möglichkeit kim dong yun einzusetzen wobei der noch nicht hundertprozentig sicher ist und im angriff hätte ich eventuell noch mulich der ist jetzt zu samsung blue wings gewechselt da will ich aber auch den ersten spieltag abwarten und dann habe ich noch joshi niro muto den könnte ich hier noch statt kim gone he einbauen das ist nur eine idee und juchi ohne will ich auch noch ein spiel abwarten der hat am ersten spieltag gleich direkt ein tor gemacht bei asien ist mir momentan wichtig dass ich so hoch wahrscheinlichkeit wie nur möglich habe dass die in der startelf sind weil das ist ja das gefährlichste an der ganzen geschichte was habe ich dann sonst noch all star rare kommen wir zu hier habe ich spencer ritchie und kein spiel chicago pausiert dann habe ich hier eingebaut kim tai juan da kann man auch abwarten zu und blue wings bei korea wie der erste spieltag ist deswegen habe ich den hier eingeschmissen charles dann habe ich zwei karten von dem hat letztes spiel wieder in der stadt stadt gespielt vielleicht war das so einmal schonen gewesen karls alena sollte es sehr viel erspielen nach seiner rotsperre ging wie real und christoph monschein gegen red bull salzburg weiß gar nicht stürmer technisch habe ich da ihn nicht wirklich die wahl wenn könnte ich dann noch einbauen das ist eigentlich schon gewesen kept 220 da habe ich jetzt über tritt von portland gegen kansas city eingebaut zu hause warum nicht vielleicht ein spiel zu null rose carlos wann rank in mexico necaxa gegen keretao zu hause vielleicht mal ein besseres spiel als letztes wochenende aaron long habe ich jetzt drinnen im los angeles derby denke der wird safe in der startelf spielen dann eben boya marial noch drinnen gegen getafe und hier länder nach den ganzen verletzungen bei sturmkratz sollte eigentlich jetzt zum stammplatz haben der kapitän und hat ja einen neuen vertrag gekriegt letzte spiel auch direkt in der startelf gewesen zu hause gegen klagenfurt warum nicht ist nicht der riesen scorer aber vielleicht haben wir ein bisschen glück jetzt 120 mut muss doch ein bisschen mit den punkten sparen dementsprechend so die aufstellung gewesen bei kept 240 habe ich jetzt oliver baumann wie immer drin gegen dortmund ich ahne wieder mal was böses dann die marta gegen vollendammt da hoffe ich dass da mal der knoten platzt by loma bei charlotte ich hoffe dass der direkt im ersten spiel in der startelf ist in new england das würde nämlich sehr gut reinpassen ich denke dass das ein gutes matchup ist martins gegen hartenberg eigentlich auch ein matchup das passen würde und wendell wurde im prinzip im europacup nur die letzten minuten eingesetzt ich hoffe dass der wieder im normalen liga betrieb eingesetzt wird zuhause gegen die vizente dass er seinen einsatz kriegt kann sein dass ich wendell vielleicht noch gegen aaron long tausche ansonsten hätte ich in der verteidigung noch optionen charles dann den zweiten hätte ich noch kermal lawrence von minnesota noch eine variante der fix spielen würde louis martins vancouver da will ich den ersten spieltag abwarten ansonsten habe ich das sonst noch stefan leiner gegen mainz denke ich mal wird nicht spielen und nick de puy muss ich auch den ersten spieltag abwarten ich denke wird auch nicht in der startelf sein mittelfeld technisch wenn ich da noch evan stöger der mich jetzt raus getan der soll angeblich wieder fit sein schmeiße statt der extra karte vielleicht stöger rein wer stöger wird auch irgendwo eingebaut werden stencil hat sich verletzt der feld auch aus okuno da ist man sich nicht sicher was da ist nach korea hansen jude als schön wenn der wieder zurückkommt das ist ein mega scorer ist aber das halbe jahr ausgefallen wenn der wieder fit werfen fc holt das wäre natürlich ein träumchen ansonsten loria ist ein wackelkandidat otzmann hat zuletzt nur als vertretung gespielt für renner ansonsten wird es eng uloa könnte eventuell chancen kriegen für einsätze ja das war es eigentlich schon also eigentlich stöger müsste da irgendwo noch ein plätzchen finden somit bleiben wir erst mal dabei natürlich wie gesagt kurzfristige ausfälle erkrankungen sperren etc werde ich mal dann korrigieren müssen dann in diesem sinne das sind meine aufstellung für die kommenden gameweek wie gesagt kann sich noch einiges ändern dann danke fürs zusehen und ja gerne in die kommentare schreiben was ihr euch vielleicht wünscht für zukünftige videos welche themen und dann bis zum nächsten mal mal wieder